wir haben es geschafft wir sind endlich hier in der spielzeugfabrik dem letzten level für die 100 prozent hoffe ich mal so bilderbuch mal schauen was hier getan hat wir waren ja haben wir auch sweet okay spielzeugfabrik das letzte hindernis ihr seht schon die extras dazu kommen wir noch ich werde mich versuchen die auch frei zu schalten also den sticker dahinten und wird es dann showdown in der spielzeugfabrik wow du hast es bis zur spielzeugfabrik geschafft das ist fantastisch wie bist du denn her gekommen also ehrlich gesagt bin ich von einem der spielzeuge gefangen worden das hat mich in die kiste gesteckt und hierher gebracht und wie hast du dich befreit zum glück bin ich bin ich konnte mich durch eins der luftlöcher zwängen und abhauen wie geht es jetzt weiter du musst an den ganzen gefährlichen fabrikmaschinen vorbeikommen das letzte deiner entführten geschwister befreien und dich dann bis zum zentrum der fabrik durchschlagen ein letztes mal gegenüber zu treten ist das alles mache ich doch mit das muss ein sehr sehr großes luftloch gewesen sein beziehungsweise was riechen da ich frage mich gerade wie es geschafft hast durchs luftloch durchzukommen ich meine ich kenne die kisten ja die sind relativ klein die dinger deshalb frage ich mich gut wie hast du es bei deinem körper schon geschafft ich meine gut du bist zwar dünn aber klein bist du auch nicht gerade egal da fehlt ein bisschen die logik und ich weiß hier alle knochen zu finden das war wirklich anstrengend okay da ist noch einer und zack gut gelöst hier kann man gleich ein bisschen abkürzen indem man ja das genau nicht so macht wie ich gerade na gut jetzt kommen wir gleich hier an die paar knoches am rand heran so ansonsten wenn ihr mit dieser pinguine gewesen du hast bestimmt auch knochen bei dir okay ich glaube die sind jetzt drüben gespawnt ja toll energie verloren es ist muss ich sagen ist ein bisschen blödes level finde ich es ist cool gemacht von den effekten aber es ist immer noch einer der blöderen level finde ich dieses games also ich mag es nicht besonders aber egal es ist die final stage da müssen wir durch und die knochen natürlich eingesammelt ich bitte dich dass wir jetzt wirklich gar nichts passiert die schwierigkeit gerade ist jetzt zwar schon leicht bei diesem level aber auch nicht so leicht ist schon ganz kleines bisschen hartnäckig schon warum landest du denn nicht auf der ecke wenn ich es dir sage na egal wir schaffen es schon wir sind ganz nah am ich hasse diese blöden ausrutscher meine güte so jetzt bitte macht das richtig sprungpassagen da kräuselt sie mir wieder alles mit frust wenn wir gar nicht weiter kommen das ding da gefällt mir gar nicht was ist das das ist eine presse mit der das metall für den roboterbau klein gehackt wird die sieht ganz schön gefährlich aus wie schaffe ich es nicht von ihr geschreddert zu werden wie recycling müll jede presse hat ihren ganz eigenen bewegungsablauf wenn du den ein paar augenblicke beobachtest kannst du schnell vorhersehen was sie macht und kommst unbeschadet dadurch in ordnung so viel ein das ist ein guter rat da frage ich mich gerade wo ist hier das fließband wenn er in der presse ist das irritiert mich gerade ein bisschen oh gott unglücklich aufgekommen heidewitzka leute die letzte stage hat man richtig in sich ok das viel ist da rum wenn ich mich gleich darum kümmern ich dachte hier unten wäre noch pinguine gewesen die vielleicht knochen gehabt hätten aber nein es scheint nicht der fall zu sein diese blubber sind sowas von hässlich wer will damit schon spielen kein kind der welt ok ok das schaffen wir ganz easy so da kommen wir rum da kommen wir auch im prinzip ganz leicht um ran und zwar so das wäre jetzt fast ein gekonter sprung gewesen aber nur fast jetzt komm schon komm schon na bitte es geht auch da haben wir schon fast 39 also fast die hälfte so hier setze ich mal meinen spüren modus ein um hier was zu finden ich glaube hier war noch eine welt irgendwo zwischen den kisten gut hier ist schon mal ein knochen da kann man noch ne kann man hier ne da kann man nicht hier ja hab ich mir gedacht oh ist das hell hier draußen da war noch ein welpe so gespür wohin führst du mich ich glaube du führst mich ins nächste areal ja tust du da oben kommen wir glaube ich nicht hin das hat glaube ich gar nichts ne da ist nichts ich glaube hier unten waren die pinguine oder ja da sind sie komische pinguine aber nette pinguine denn sie geben uns knochen Moment die Spur okay die Spur wird noch draußen ich dachte schon hier ist wieder so ein vergrabener Knochen aber anscheinend auch nicht das war jetzt ein bisschen weit Nullpunkt aber egal das macht nix so wir müssen jetzt auf die Kisten rauf beziehungsweise auf die kleine Kiste um weiter zu kommen versuch auf die flache Kiste zu hüpfen um damit nach oben in den nächsten Raum zu fahren alles klar alles klar auf die flache Kiste nämlich auf die super es hat jetzt voll geklappt oh man ja super man die sind dumm Ausrutscher ich muss sagen es nervt mich manchmal dass manche Helden einfach nur ja ein Stückchen weiter rutschen als sie eigentlich sollen so jetzt bleibt bitte darauf stehen danke wow voll ultra realistisch so wieder eine Schrottpresse ohne irgendwie Fließband wenn wir mal das funktionieren sollen Übrigens Leute dieses Level ist riesig also da kommen schon so ja da kommt noch ein bisschen was in Areal da könnt ihr euch drauf freuen das war noch lange nicht alles das war noch lange nicht alles ach Mist wenn man sich geschickt anstellt und sich da drauf stellt kann man nämlich ähm sich rüber tragen lassen ich muss sagen das zum Beispiel ist ein Welpe der ist ein bisschen schwierig zu erreichen na jetzt haben wir es gerade geschafft jetzt haben wir es nicht geschafft jetzt haben wir es nicht geschafft es geht natürlich auch auf andere Weise wie zum Beispiel gerade gezeigt obwohl ich nicht weiß wie das ok noch ein Trevor und ich binne hin ach das muss man so richtig perfekt abteilen ansonsten wird das nichts Moment ich will gerade mal was versuchen kann ich vielleicht irgendwie ich will das schaffen oh jetzt stehen wir richtig nein mein Timing war scheiße das ist hier eine ganz blöde Reflexe und wo kommen wir wieder raus natürlich da unten ach ist das schön das war knapp als wäre ich fast von den Kisten zerrückt worden bin ich jetzt hier richtig oder bin ich jetzt falsch ich bin jetzt hier richtig gab es da kein Checkpoint mhhh was blödes mhhh das ist jetzt schon eine ultralange Stage mhhh mhhh so ich hab ihn denn vergessen deswegen der weite Weg deswegen der weite Weg oi 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 und gerade mal 50% der Levels geschafft na und so werden es und so wird der Part immer länger wegen solchen blöden Sprüngen wegen solchen blöden Sprüngen ich machs immer wieder ich machs immer wieder ich springe irgendwie aus Reflex irgendwie manchmal einen Doppelsprung und versaule die ganze Situation und das ist blöd ich will es jetzt hier schaffen diese blöde Sprungpassage mit dem Welpen übrigens normalerweise werden wir nach dieser Presse instant kill aber gnädigerweise sind wir das nicht ich rutsch doch voll aus komm schon spiel ich will da rüber immer nein auch meine Reflexe waren schon wieder voll im Eimer okay Moment ich scheine mich grad irgendwie durchgeglitscht zu haben ich bin meine Reflexe immer wieder zu spät oh das ist aber auch blöd hier zu schaffen oder gibt es hier noch einen Trick das ist nicht wahr ich hänge an dieser Dreckstelle immer wieder fest ja komm trifft mich noch tausendmal man ich will doch bloß diesen Welpen ich glaube Leute das ist echt der schwerste Welpe mit ganzem Spiel hier braucht man so ein Timing um da ranzukommen das ist abnormal ja toll jetzt trifft mich die Kiste auch noch wenn ich wieder da bin wenn ich wieder da bin gehe ich ein Raum weiter hab ich jetzt keinen Bock mehr auf diesen ganzen Mist kopf ich schaff's nicht nur was dann ich schaff's nicht mal was da hin boih ich stück mich nicht auf hier Ohne Scheiß, ich verpratze meine ganzen Leber in diesem Scheiß. Das ist gerade langsam nicht mehr lustig. Das geht mir gerade tierisch auf die Eier. Was hat mich denn jetzt... Was hat mich jetzt getroffen? Das kann nicht wahr sein. Offscreen lief das alles wunderbar und jetzt breche ich mir so eng ab bei diesem Mist. Oh Mann. Vor allem, ja, wegen dieser blöden Schrottpresse hier. Komm, lass hier ein Safe sein. Natürlich ist hier kein Safe. Warum sollte es auch? Es ist ja nur ein Spiel. Nee, wisst ihr, es ist einfach... Das ist mega einfach hier. Ach, endlich. Jetzt habe ich es geschafft. Meine Fresse. Geht nach Hause! Ja, toll. Und tschüss. Und plötzlich stand die Presse still. Gott, ich rieb mich schon wieder auf. So, das ist jetzt nice an... Und zwar... Was hast du mir zu sagen? Das ist das Abgefahrenste, was ich je gesehen habe, Fluffylein. Was ist das hier um Himmels Willen? Wir sind im Professor Fartsbums Speziallabor für elektromagnetische Experimente. Die Würfel dort schweben auf elektromagnetischen Wellen. Können wir mit denen irgendwas anfangen? Ja. Jeder der Schalter hier schaltet eine andere Auswahl von Magneten an, sodass sich die Würfel in einem bestimmten Puster anordnen. Dann kannst du auf die Würfel springen. Aber du musst dich beeilen. Die Magneten bleiben nur ein paar Sekunden eingeschaltet. Okay, danke für den Tipp, Fluffylein. Jetzt habe ich es schon für dich hier ausgelöst. Mache ich gleich nochmal. So, auf den Roten bleiben wir stehen. Denn jetzt verändert sich die Position. Wir können ein paar Areale erreichen. Zum Beispiel Areale, die mit Knochen gefüllt sind. Ich glaube, hier unten war noch ein Welpe, ja? Super, weiter so. Das werde ich auf jeden Fall so machen. So. Nächste Farbe. Blau. Wohin führt uns Blau? Blau scheint uns hier hinzuführen. Wo gar nichts ist. Ach nee. Führt uns bloß zu weiteren Knochen. Gut Leute, ich würde sagen, da der letzte Level jetzt so groß ist, würde ich sagen, machen wir einen Schnitt rein. Das war es für heute von Let's Be on the Svater of Martina. Im nächsten Part geht es zum zweiten Teil der Fabrik. Bis dann. Tschüss. Bis dann. Mä3.